Applaus Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Ich glaube, wir dürfen das, was da passiert im Zusammenhang mit dem Internet, mit der Digitalisierung, und das ist Teil unserer Realität, nicht unterschätzen. Wir haben Regelungen für alles, was Pressefreiheit ausmacht, die Sorgfaltspflicht der Journalisten und vieles andere mehr.